Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Georg Zivi. Wir wissen ja über den Angriff von Abu Hamza und das Statement, was auch danach Abu Hamza gemacht hat. Heute war er aber wieder live mit Hamid und er hat ein paar Details angesprochen, wie zum Beispiel, dass er nichts reden und sagen darf über den Vorfall und dass seine Familie alles regeln wird. Das heißt, das Ganze wird auch ein Nachspiel haben. Hamid hat aber Abu Hamza mehrmals gefragt, ob er einen Fehler gemacht hat. Abu Hamza ist aber daraufhin nicht eingegangen. Ich habe für euch aber zwei Videoclips, nämlich wo Abu Hamza redet über den ganzen Vorfall und an zweiter Stelle, wo die Täter flüchten mit Lieferando-T-Shirt und mit einer Maske am Gesicht. Genau das gleiche, was Hamid und Abu Hamza auch beschrieben haben, wie die Täter aussahen. Wenn ihr keine weiteren News verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Jeden Tag News, Freunde. Danke fürs Zusehen und bis abends. Hast du einen Fehler gemacht? Sag ihn. Sag auf ehrliches Herz, ehrliches Herz. Hast du einen Fehler gemacht? Amin. Ich darf darüber nicht reden, Wallah, von den Älteren. Da habe ich verboten bekommen, darüber zu reden. Okay. Weil sonst, Wallah, wenn du willst, ich fahre morgen mit dir. Ich fahre morgen nach Berlin schuldig. Und dann gehen wir zusammen. Allah, alles gut, ja. Alles gut, Wallah. Nein, Wallah, wenn du einen Fehler machst, dann stehe diese Fehler ein. Wallah. Ja, ich habe hier meine Leute, meine Familie, die stehen alle hinter mir. Er hat auch ganz Merdallis auf jeden Fall angegriffen. Und ja, es ist nicht krank, was er gemacht hat. Er hat nur nicht mich angegriffen, er hat auch uns alle angegriffen, alle Merdallis. Wenn einer ein Merdallis angreift, das ist, als wenn er alle Merdallis angegriffen macht. Hatten diese Leute nicht Maske und Lieferantohemd an? Doch. Weil weißt du dann, wer das war? Weil ich gehört habe, dass es seine Leute sind. Hören ist nicht wissen. Ja, aber ich kann schwören, dass es seine Leute waren. Also, ich bin mir hundertprozentig sicher. Ich will auch nicht mehr darüber reden, ja. Okay. Allah, ja. Er hat auf jeden Fall uns alle angegriffen. Und das geht gar nicht. Das geht gar nicht, boah. Auf jeden Fall, äh, werden wir das auf jeden Fall noch klären. Und das geht gar nicht. Und das geht gar nicht. Vielen Dank.